Wenn ich könnte, würde ich dir einen Stern der Sterne schenken. Siehst du den roten Stern im Sternbild Kyknus? Ja, er leuchtet rot wie Feuer. Ich weiß, wie wir diesen Abend noch unvergesslicher machen könnten. Oh Gott, bitte nicht. Lass uns einen Wunsch aussprechen. Achso, der Stern wird ihn erfüllen. Ich würde, ich wäre jetzt mit Lily zusammen und würde Kara ins Wasser schubsen. Nee, doch nicht. Ich wünschte, ich wünsche mir eine Nacht mit einer wirrlich, ah ja, mit einer wirrlich, wundervollen Frau. Mit Lily. Mehrere Schicksale, Tag 18. Langsam wird es mir hier zu bunt. Nun sind wir schon seit fast drei Jahren, äh, drei Wochen auf See. Deine Haare sind länger geworden und du siehst wild aus. Ist ja logisch, du Penner. Äh, du blöde Kuh, meine ich. Ich glaube, ich fange schon bald an, selbst so zu reden, ich so weitermache. Sie gefällt mir immer besser. Ihre Arroganz ist gewichen. Sie hat sich geändert. Sie ist nun viel natürlicher. Ihre Anmut bringt mein Blut in Wallung. Ist das hier ein Rollenspiel oder ein Porno? Jetzt holt uns doch der Teufel. Sieh doch. Ach, was ist das? Dort im Wasser? Eine Flasche. Ne, Haie. Ach, das soll ein Haie sein. Ah! Wir werden gefressen und gefressen werden. Was? Wir werden... Ach, wir werden zerfetzt und gefressen werden. Ähm, ich kann euch gar nicht töten. Nur doof. Ich kann euch eh nichts machen. Sie umkreisen unser Floß, aber sie greifen nicht an. Worauf warten diese Bestien? Ach ja. Ich weiß es nicht. Geh weg. Ich kann doch nichts tun. Ich kann doch nichts tun. Ach, Mensch. Ist das toll. Ich bin nicht ausgerüstet. Sie sind nicht wie wir Menschen. Mein Großvater hat mir erzählt, dass Menschen die einzigen Wesen sind, die auch ohne Grund töten. Was wir also taten, ist kein normales menschliches Verhalten. Wir aßen den Fisch erst, als wir hungerten. Sieh doch. Sie schwimmen fort. Lebt wohl, ihr Haie. Tschüss. Ist es bald mal zu Ende? Nein, es geht weiter. Meerestragödien, Tag 21. Ach. Als ich noch im Schloss wohnte, lebte ich es, liebte ich es, die Sonne untergehen zu sehen. Es war schön. Wie die Sonne auf das Floß strahlte. Inzwischen hasse ich diese Momente. Wenn die Sonne untergeht, kommt die Dunkelheit. Ich fürchte schon, die Sonne nie mehr zu sehen. Aber seit du an meiner Seite bist, sehe ich die Sonne wieder jeden Morgen. Selbst Situationen wie diese sind mit dir erträglich. Schon lange wollte ich dir die gleichen Worte sagen, doch mein Mund schwieg, weil ich nie so behindert reden könnte wie du. Doch meine Gedanken waren die deinen. Ja, schlaf mal, Minder. Plötzlich wurde ich ohnmächtig und fiel in einem tiefen Schlaf. Will, Will, was ist geschehen? Wach wieder auf. Will, lass mich nicht allein. Will, lass mich nicht allein. Gib ihm etwas zu trinken und reich ihm Obst. Er ist sehr schwach. Er leidet an Skorbut. Aber keine Angst, wir kriegen ihn schon wieder hin. Hm. Das hat selbst die Crew von Columbus schon erleben müssen. Im Endstadium färbt sich die Haut des Betroffenen schwarz. Das Zahnfleisch beginnt zu bluten und der Körper verfault langsam. Schweig, ich kann nicht länger deinen Worten lauschen. Nun gut, du holde Meid. Meine Lippen mögen schweigen. Hab Dank, ihr edler Retter. Dank nicht Bier. Dem Hund gebührt der Lob. Er fand euer Floß. Will, Will, oh mein Geliebter, wach bitte auf. Wir haben Land erreicht, die Rettung nährt. Uh. Kara? Wo bin ich? Wir sind im Hause unseres Retters. Du hattest einen unruhigen Schlaf. Immer und immer wieder hast du im Schlaf gestöhnt. Igitt. Dies sind die südlichen Außenbezirke von... Wat? Oakton. Oakton. Freesia liegt eine Tagesreise von hier im Norden. Wenn du jemanden suchst, würde ich das in einer großen Stadt tun. Ja. Dank nicht mir... Ja, der Hund gebührt dem Lob. Mit Kara will ich jetzt nicht reden. Ein Hund! Gebell, Gebell! Super. Ich glaub's nicht. Gebell, Gebell. Ja. Anu? Hallo? Hab ich mich jetzt bedankt bei dir? Cool. Anu? War's das? Ich hab mich jetzt beim Hund bedankt. Ist das in Ordnung? Äh, Kara, muss ich mit dir reden? Lass uns sofort aufbrechen nach Phrygia. Weiß ich, wie das heißt. Ich werde mich noch vom Hund verabschieden. Der ist so lecker. Und du sagst wieder nach dem Hund gebührt der Lob? Ja. Ah. Nochmal, Gebell. Gebell, Gebell. Der Hund heißt Gobbelhuf. Er ist nicht ein treuer Gesell. Ist er nicht ein treuer... Welcher Hund heißt denn schon... Ich weiß... Welcher Hund heißt denn schon Gobbelhuf? Ich kenn Googlehupf. Das schmeckt gut. Aber Gobbelhuf kannte ich bisher noch nicht. Los, lass uns gehen. Vielleicht treffen wir Lily, Lance und Eric. So zogen sie denn... So zogen sie denn... Aus... Nach... Phrygia. Oh, Leute. Ich schenke mir jetzt nochmal einen Tee ein. Wir haben bald die dritte Stunde voll. Ich kriege hier Angst. Meine Aufnahme. Ich will nicht, dass sie flöten geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss doch bald einen Speicherpunkt mal erreichen. Phrygia. Ich möchte eigentlich jetzt nicht ein neues Dorf erkunden. Fantastisch. Welch eine prächtige Stadt. Ich hoffe nur, dass die Bewohner genauso sind. Ja. Seid willkommen, Fremde. Wisst ihr schon, wo ihr übernachtet? Nein, noch nicht. Wir suchen jemanden. Warum beginnt ihr eure Suche nicht hier? Warum nicht? Ich bin ohnehin müde. Äh, gut, dass ich dich nicht gelesen habe. Ich komme mit. Hier rein? Ne, da wollte er gar nicht hin. Wie bist du denn? Oben sieht es furchtbar aus. Du musst verzeihen. Geht doch. Für unsere Beziehung ist es besser. Was denn? Was ist für eure Beziehung besser? Sich nicht den ganzen Tag anzusehen. Ah, na gut. Okay, merke ich mir. Das hilft. So, ich muss unbedingt speichern. Wo wollte er mit uns hingehen? Hier? Keine Angst, es war kein Einbrecher, der hier wütete. Ich dachte nur, dass du dich so vielleicht wohler fühlst. Ja, klar. Mann, wo ist denn jetzt der Typ hingegangen mit seinem Hotel? Wäre ich dir nur wo? Wäre ich dir nur bloß hinterhergegangen? Äh, da oben ist was komisches. Was bist du denn für einer? Aha, du hast die Abkürzung entdeckt. Ach, das war eine Abkürzung. Manchmal ist das, was du als richtig ansiehst, das Wichtigste. So ist das im Leben. Nimm dieses Präsent von mir. Der alte Mann steckt etwas Geheimnisvolles in Wildtasche. Und ruhe das Juwel. Ja, danke. Okay, ich nehm's ja. Kann ich da rein? Kann ich hier hinten ins Haus vielleicht rein? Nö. Oh, hier kann ich zurück. Gut. Ähm, ja. Wo ist der jetzt hingegangen mit uns? Da war ich eben drin. Ach, da steht ihr. Nun gut. So seid denn meine Gäste. Hier ist das Hotel. Lass uns ein Zimmer nehmen. Lass uns ein Zimmer nehmen. Ach, da stehen die beiden sogar am Fenster. Seht ihr das da? Da links. Da gucken sie sich wieder an. Komisch, 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 komisch. So. Ich möchte schlafen. Kommt herein. Nee, äh, kommt herein. Will und Kara. Lilly? Bist du aus Lilly? Ich war so besorgt. Über einen Monat lang waren wir getrennt. Ich habe in diesem Hotel gelebt und gearbeitet. Lance ist im Raum rechts. Geh zu ihm. Und ich will nicht zu Lance. Ich will speichern. Hallo, Lance. Sie sagten mir, ich wüsste nicht... Nee, ich wüsste nicht, wer ich bin. Ist das nicht sonderbar? Ich weiß nicht, wie ich heiße, wo ich bin. Hä? Das ist das denn wieder logisch? Ja. Lance hat sich am Kopf verletzt, als er vom Inka-Schiff fiel. Seitdem kann er sich an nichts mehr erinnern. Lance sollte hier bleiben, bis ihm es besser, bis sie, bis sie besser geht. Ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind. Nur, nur, nur. Wo ist Eric? Ich habe ihn seit langer Zeit nicht... Na, ne, da... Ich habe ihn seit letzter Nacht nicht mehr gesehen. Was kann passiert sein? Er ist kacken gegangen. Was ist daran so schlimm? Ungewohnt. Äh, Topf. Ist da was drin? Da komme ich gar nicht ran. Toll. Ich darf... Danke. Da ist ein Bett. Kann ich hier schlafen? Nein, kann ich nicht. Ach, Leute. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich merke schon, ich darf nicht speichern. Gibt's denn eine Möglichkeit zu speichern? Nein. Gibt's nicht. Ach, ja. Okay. Dann müssen wir wohl... Dann muss ich ja noch notgedrungen weiterspielen. Das ist ja nichts. Ich kann jetzt ja nicht mittendran aufhören. Ach. Was tun, was tun, was tun. Wer bist du? Riech an dieser wundervollen Blume. Sie duftet herrlich. Hm. Super. Super. Hier sind... Wäsche Stücke. Ich lebe mein Leben mit Spaß und Freude. Das sieht so aus. Wo ist der hingegangen? Wer? Einer der Sklaven ist entkommen. Hast du ihn gesehen? Mitnichten. So sprich und sag mir wo. Das Juwel sei dein Lohn. Ich verrate es. Ich lüge und kassiere. Ich verrate es. Will weiß natürlich nicht, wo der Sklave steckt. Mann, ich war halt nicht. Ich versuche nicht, mich zu belügen. Oh ne. Was ist denn hier los? Oh. Lieber Gott. Ich danke dir. Wir haben einen Speicherpunkt. Oh. So, Leute. Ich hoffe, die erste Session hat euch gefallen. Wir sind jetzt wirklich am Ende angelangt. Und es reicht auch wirklich. Für heute. Es ist auch schon spät abends. Und ich möchte noch ein bisschen was anderes machen. Ich habe nicht mit so einer langen Session gerechnet. Okay. Ja, habe ich jetzt gespeichert? Es ist vollbracht. Reise fortführen. Ich mache jetzt mal auf Nein. Und dann klingen wir mit der Musik hier aus. Und ich sage... Ich hoffe, das Let's Play macht euch Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder. Und dann wollen wir uns schnell der nächsten Statue widmen. Damit wir die zweite von sechs... So schnell wie möglich erreichen. Gut. Ich sage Tschüss. Eine gute Nacht. Und euer Alex sagt Tschau. Bis zum nächsten Mal. So tauche denn in meine Sphäre. Nochein tost. So binnen dir doch geht nicht her вместе. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann